Die Formel einmacht halt in Ungarn. George Russell schnappt sich im Qualifying am Hungaroring die erste Pole seiner Karriere. Max Verstappen wütet und muss von Platz 10 starten. Für Sebastian Wettel und Mick Schumacher muss die Aufholjagd her. Der GP im Live-Dicker. Das Wichtigste in Kürze. Mercedes-Fahrer George Russell geht von der Pole-Position in den großen Preis von Ungarn. Der 24 Jahre alte Britte setzte sich am Samstag spektakulär in letzter Sekunde in der Qualifikation vor den Toren Budapests durch und verdrängte Carlos Sainz im Ferrari noch auf den zweiten Platz. Rang 3 belegte der WM zweite Charles Leclas im zweiten Ferrari. Weltmeister Max Verstappen kam wegen technischen Problemen nur auf Platz 10. Für Russell war es die erste Pole seiner Karriere. Rang 4 belegte der WM titel. Rang 4 belegte der WM-D��고000-Dicker. Rang 5 belegte der WM-D behelte der WM titel mit der WM titel. Rang 5 belegte der WM titel ab. Rang 5 belegte der WM titel ab. Vielen Dank.